Ihr Ratgeber zu HIV Früher bedeutet eine HIV-Diagnose einen baldigen Tod. Dank des heutigen medizinischen Forschungsstandes hat sich das geändert. Wie Sie sich vor einer Übertragung schützen können, wie Sie herausfinden, ob Sie betroffen sind und was Sie dann unternehmen können, erfahren Sie hier. HIV-Ratgeber AIDS und HIV Wie wird HIV übertragen? Krankheitsverlauf und Symptome HIV-Test Therapie Prävention Kurzfassung Der HIV-Virus greift das Immunsystem des Körpers an. Das Endstadium AIDS bezeichnet die lebensbedrohlichen Erkrankungen, die aufgrund der Immunschwäche nicht mehr vom Körper bekämpft werden können. Das Virus wird zumeist bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr oder beim gemeinsamen Benutzen von Spritzen beim Drogenkonsum übertragen. Ein HIV-Test verschafft Klarheit. Es gibt heutzutage Medikamente, die die weitere Ausbreitung der Viren stoppen, sodass das Endstadium AIDS nicht mehr erreicht wird. CFS-6 und CFUse sind Methoden, um sich vor einer Infizierung zu schützen. AIDS und HIV HIV ist eine Abkürzung für, Human Immunodefizienki-Virus, zu deutsch, Humanes Immunodefizienz-Virus. Das HIV-Virus greift die körpereigenen Abwehrkräfte an, unser Immunsystem. Der Körper ist nicht mehr in der Lage Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze oder Viren zu bekämpfen. Im schlimmsten Falle kommt es zu lebensbedrohlichen Erkrankungen. Ab dann spricht man von AIDS-Uquadimmune-Deficiency-Syndrome, zu deutsch, erworbenes Abwehrschwäche-Syndrom. Wie wird HIV übertragen? Das HIV-Virus ist schwer übertragbar. Zu einer Infektion kann es nur kommen, wenn infektiöse Körperflüssigkeiten mit Schleimhäuten oder offenen Wunden in Berührung kommen. Dazu gehören Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit und der Flüssigkeitsfilm auf der Schleimhaut des Endarms. Je höher die Anzahl der Viren im Blut- und in den Körperflüssigkeiten ist, desto höher ist das Risiko einer HIV-Übertragung. Am häufigsten wird HIV bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr weitergegeben, 90%. Das Risiko für Männer ist wesentlich höher. Grund hierfür sind der Verzicht auf Kondome und häufig wechselnde Partner. Sehr riskant ist außerdem die gemeinsame Benutzung von Spritzen beim Drogenkonsum. Übertragung durch kontaminierte Blutprodukte Schnitt- oder Stichverletzungen an kontaminierten Instrumenten bei medizinischem Personal Übertragung bei Schwangeren von der Mutter auf das Kind vor allem bei der Geburt oder über die Milch Schleimhaut-Lessionen oder schon bestehende andere Infektionen der Schleimhaut begünstigen eine Infektion Flüssigkeiten, die keine Übertragung zur Folge haben, sind Speichel Tränenflüssigkeit Urin Insektenstiche Nahrungsmittel Trinkwasser Die HIV-Viren sind außerhalb des menschlichen Körpers nicht lange überlebensfähig. Durch Reinigungsmaßnahmen können sie schnell abgedüttet werden. Es besteht keine Ansteckungsgefahr bei Küssen, Händedruck und Umarmungen Anhusten, Anisen Schwimmbadbesuch Benutzen von gleichen Gegenständen, Toilette, Besteck, Geschirr, Handtücher Zahnarzt, Fußpfleger, erste Hilfemaßnahmen solange die hygienischen Vorschriften eingehalten werden. Insektenstiche Luströpfen beim Geschlechtsverkehr HIV und Sex HIV wird zu 90% bei ungeschütztem Anal- und Vaginalverkehr übertragen, da Sperma, Scheidenflüssigkeit und Menstruationsblut sehr viele Hervieren enthalten können. Die Schleimhäute im Entdarm und in der Scheide sind sehr empfindlich, deswegen haben Hervieren hier leichtes Spiel. Bestehende Entzündungen oder Geschlechtskrankheiten begünstigen das Risiko einer Infektion zusätzlich. Bei Oralverkehr besteht im Vergleich zu Anal- und Vaginalverkehr kaum ein Risiko hinsichtlich der Übertragung. Gelangen Sperma oder Menstruationsblut in den Mund kann die Mundschleimhaut die Viren wesentlich besser abwehren, als andere Schleimhäute, da sie sehr widerstandsfähig ist. HIV und Drogen Teilt man sich die Spritze beim gemeinsamen Drogenkonsum besteht ein hohes Risiko für eine Übertragung. Das Virus kann auf diesem Weg direkt in die Blutbahn gelangen und sich dort ausbreiten. Generell ist es weniger risikobehaftet, die Drogen auf andere Arzt zu konsumieren, schnupfen oder rauchen. HIV bei Schwangeren Eine Mutter kann bei der Geburt oder beim Stillen HIV auf ihr Kind übertragen. Dieses Risiko kann man heutzutage mit Hilfe von Medikamenten jedoch fast vollständig auslöschen. Krankheitsverlauf und Symptome Grundsätzlich verläuft die HIV-Infektion von der Ansteckung bis zum Ausbruch von AIDS in vier Stadien, in denen sich unterschiedliche Symptome zeigen. Primärinfektion Das Virus ist recht unauffällig. Im Körper breitet sich das Virus jedoch rasant aus und zerstört immer mehr Immunzellen. Keine auffälligen Symptome Stadium der Symptome Es treten gehäuft Infektionen auf, die ein gesundes Immunsystem abwehren könnte. Die Infektionen sind nicht lebensbedrohlich. Lymphknotenschwellungen Nachtschweiß Hautveränderungen AIDS Der Patient erkrankt an bestimmten Infektionskrankheiten oder bösartigen Tumoren. Symptome abhängig von der jeweiligen Krankheit Beispiele für AIDS-Erkrankungen Krankhafte Veränderungen des Gehirns HIV-Encephalopathie Bösartiger Tumor der Blutgefäße in der Haut Kaprosisakum Bösartiger Tumor des lymphatischen Gewebes Lymphome Bösartiger Tumor des lymphatischen Gehirns 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 Untertitelung des ZDF, 2020